Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Debs und heute geht's weiter mit unserer Partie Ziff 5. Wir spielen Babylon und sind gerade dabei, dem Genghis Khan den Gha auszumachen. Der hat uns den Krieg erklärt und wir werden jetzt schauen, ob wir ihn vernichten können. Unten hat er noch Kuala Lumpur eingenommen, Einheit benötigt Befehle, du gehst da auf Bereitschaft. Kuala Lumpur hat er hier unten eingenommen, das ist ein Stadtstaat, den wollen wir als nächstes befreien. Und, okay, da haben wir noch einen Gegner. Da gehen wir mit unserer Artillerie drauf. Das Schiff ist fertig geheilt, können wir hier unten zur Verstärkung schicken. Die Kavallerie geht ein weiter nach vorne. Oh, der hier ist schon ziemlich weit runter. Lassen wir da aber nochmal drauf schießen. Das ist der General, den lassen wir da, wo er ist. Hier nochmal die Artillerie. Okay, da haben wir das Schiff versenkt. Diese hier könnten wir befördern, aber das will ich mal noch lassen und das Geld will ich mir mal lieber sparen. Denn ich glaube, das können wir hier auch so packen. Können wir ihm die Karawane da wegnehmen? Ja. Noch drei Bewegungspunkte machen wir. Einmal plündern. Und gehen wieder zurück. Ey, wieso haben wir die Karawane nicht? Kann man ihm die nicht wegnehmen? Hm. Ich dachte, man kann ihm die wegnehmen, wenn man da drauf zieht. Das ist scheinbar nicht so. Oder ich habe irgendwie gemacht, irgendwie gerade einen Denkfehler. Hm. Okay, wen haben wir jetzt? Die Kavallerie, da unten noch. Ja, die muss jetzt da bleiben. So, dann haben wir hier das Musketier. Das kann da auch bleiben. Die Kavallerie kann da ebenfalls bleiben. So, was haben wir jetzt hier? Das Schiff haben wir besiegt. Abmachungen sind ausgelaufen. Okay. Was ich halt ganz gerne mal versuchen würde, ist hier mit den Lungs hier ein Forschungsabkommen einzugehen. Ich weiß allerdings nicht so ganz genau, ob das Sinn macht. Die Kosten richten sich nach dem Technologiefortschritt des am weitesten fortgeschrittenen Spielers. Beide Parteien benötigen eine Botschaft. Möchtest du denn eine Botschaft? Ach ja, wir haben wahrscheinlich wieder schon eine Botschaft. Oder er hat unsere wahrscheinlich schon wieder. Was verlangt ihr dafür? Gold? Nee, Gold bezahle ich dafür nicht. Wie sieht es mit einer Napoleon aus? Wollen wir vielleicht mal wieder die Botschaft tauschen? Beziehungsweise er hat unsere Botschaft ja schon wieder. Gewürze. Wir haben nichts zum Handeln. Das ist nicht auch blöd. Okay, was ist mit den Irokesen? Und vielleicht mal wieder offene Grenzen? Wir haben unsere Krabben wieder. Was gibt ihr uns denn für Krabben? Ah ja, hier Pferde und Gold. Ja, das nehmen wir doch an. Wiedersehen. So, Zufriedenheit geht ja aktuell. Geht, will ich mal so sagen. Können wir dann also mit arbeiten. So wie sieht das aus, brauchen wir hier noch irgendwo ein Fischerboot. Können wir das irgendwo noch gebrauchen. Da haben wir eins. Unten wäre ganz cool, wenn wir das mal noch irgendwie mit einnehmen könnten. Aber das ist wahrscheinlich zu weit weg. Hier könnten wir nochmal ein Fischerboot hinschicken. Ja, bauen wir mal nochmal ein Arbeitsboot. Nächste Runde. Okay, ihr geht mal wieder zurück. Hat nämlich gerade die Stadt, glaube ich, drauf geschossen. Und bleibt dann da. Können wir mal nach da vorne gehen. So, jetzt müssen wir gleich zur Artillerie kommen. Genau, hier haben wir es. Was geben wir der Verteidigung gegen alle Ferneinwerfer? Okay, die ist noch ein Ticken zu weit weg. Das heißt, ich schicke ihm mal noch einen Leute nach vorne. Und lasse ihn da aufbauen. Das Musketier bleibt da, wo es ist. Beziehungsweise, jetzt können wir da natürlich nicht durchziehen. Dann geht das Musketier mal ein nach draußen und ziehen wir in die Stadt. Welche Artillerie haben wir da? Okay, ihr heilt euch mal. Euch will ich nicht verlieren. Ach, es wird auch mal Zeit, dass wir hier mal in diesen Ozean reinziehen können. Das ist irgendwie blöde. So, Produktion wählen. Das können wir hier oben machen. Die Börse fehlt hier noch. Dann bauen wir da die Börse. Das Musketier bleibt da stehen. Was ich auch mal machen wollte. Große Werke tauschen. Kultursieg. Pavillon. Einfluss durch Spieler. Frankreich. Frankreich geht natürlich ziemlich stark auf Kultur. Steigt langsam, steigt langsam. Genau hier wollte ich mal gucken, ob man sich hier vielleicht irgendwie einen Bonus holen kann. Was braucht man denn hier zum Beispiel? Da achte ich meistens immer nie drauf. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr Tourismus kriegen, so wie es aussieht. Ich glaube, das nimmt sich nichts. Was ist denn aus, wenn wir die zwei da reinstecken? Ach ne, da brauche ich noch irgendwas mit Musik. Ich sehe hier immer nicht so recht durch. Da hätten wir jetzt einen Bonus. Achso, warte mal, Moment. Wir haben ja hier, das ist noch eine Marionettenstadt. Okay. Das macht dann natürlich Sinn. Steht hier irgendwie, was man hier machen muss. Da steht's. Ja. Um euren Bonus zu maximieren, sollten die großen Werkeplätze mit Literatur aus Zeit Zeitaltern und von Zivilisationen gefüllt sein, die sich vom Stadtbesitzer unterscheiden. Das ist also aus Babylon. Das ist aus Babylon. Und scheinbar alle. Ne, das hier wäre nicht aus Babylon. Dann bräuchten wir da noch eins. Was war das jetzt? Zeit, Zeitalter und von Zivilisation. Okay, Mongolei und Renaissance. Babylon und Renaissance. Babylon und Industriezeitalter. Musste das nicht einen Bonus geben? Ne. Ah, man kann hier auch Werke tauschen. Schrift. Ich lass das mal. Ich werde mich mit diesem Menü wahrscheinlich nie anfreunden, aber ich wollte es wenigstens mal probiert haben. Okay, was machen wir hier? Die Stadt kriegt erst mal einen Kornspeicher. Friedensvertrag. Nein. Du wirst jetzt das zeitliche segnen. Denke ich. Okay, die Kavalerie wird da ein bisschen attackiert. Das heißt, wir ziehen sie mal zurück. Die Artillerie. Bis wo kann die denn jetzt mal vorrücken? Bis hier, eventuell. Dann lassen wir sie mal bis da vorrücken. Du gehst da mal aufs Schiff. Ambrustschützer. Können wir den mal aufwerten? Was wird da? Ein Gatling Gun, genau. Ne. Bleiben da alle stehen, wo sie sind. Können mit denen leider auch nicht so wirklich an der Stadt vorbeiziehen. Ohne beschossen zu werden. Hier tendiere ich zum Tempel. Oder hier zum Zoo. Zoo bringt ein bisschen Zufriedenheit. Ja, machen wir da den Zoo. Hier fehlt uns noch die Börse. Funkturm wäre möglich. Musikergelder. Ein Kürturm. Das dauert alles zu lange hier. Dann machen wir... Machen wir hier auch erstmal die Börse. Die Artillerie. Okay, das Arbeitsboot wollte ich irgendwo hier unten hinschicken, glaube ich. Dahin wollte ich es schicken. Musketier wartet. General wartet. Wir müssen natürlich nachher hier auch irgendwie... ... bisschen was aufdecken. Machen wir das am besten immer mit dem hier. Darum hallen wir den mal aus am besten. Produktion wählen. Fabrik. Fabrik bringt. Nötigt Kohle. Schmiedeburg. Stallung. Bisschen mehr Kultur. Plus 4 Kultur. Große Wissenschaftspunkte 2. Ich versuche das mal fertig zu kriegen. So, ihr wartet. Der General wartet. Die Artillerie. Okay, ihr macht jetzt da mal das Schiff kaputt. Was ist mit euch? Könnt ihr nicht mal nach hier vorne? Ja. Okay, da vorne ist dann auch alles voll mit den... ... mit den Schiffen. Ich glaube, ich werte euch hier trotzdem mal auf jetzt. Und dann schicke ich euch nächste Runde mal... ... hier nach vorne, damit ihr hier mit den Schiffen mithalten könnt. Beziehungsweise ich könnte auch mal... ... einfach beide Schiffe hier weiter nach vorne ziehen. Vielleicht kriege ich die da rum. So, Einheit benötigt Befehle. Genau, du kannst nicht weiter. Dann schieß doch einmal auf die Stadt, ja. Es geht hier. Es geht hier. Das ist die Artillerie. Die Artillerie kann auf die Stadt jetzt schießen. Genau, so ist das gut. Nächste Runde. Geht auch relativ gut runter, so wie das aussieht. Okay, was ist hier mit unseren Schiffen? Ich euch da mal aus Stadtreichweite gezogen jetzt wieder. Okay, du bleibst dann da stehen. Machst nix. Machst nix. Du schießt bitte auf die Stadt. Gatling Gun. Okay, den wollte ich jetzt nach vorne ziehen. Ich hoffe, der geht da jetzt nicht gleich kaputt. Ich ziehe mal ein zurück. Ich glaube, dann kann er nicht mehr darauf schießen. Muss ich den mal dastehen. Und ich sage ihm, er soll sich heilen. Politik einführen. Ja, wo gehen wir jetzt da drauf? Große Wissenschaftler werden 25% schneller verdient. Plus ein Wissenschaft für jeden Handelsposten. 17% Wissenschaft von Universitäten. Was gibt es denn hier jetzt noch? Lokale Zufriedenheit. Das hier unten ist ganz gut, glaube ich. Produktion beim Bau von Militäreinheiten. Aber wir wollen keine Militäreinheiten mehr bauen. Also lassen wir das. Sechs Einheiten benötigen. Keinen Unterhalt. Erhaltet sofort sechs Einheiten. Fremdenlegio und Infanterie. Ne, das gefällt mir alles irgendwie nicht so. Das gefällt mir gerade alles nicht. So haben wir hier noch was? Ne. Dann schauen wir doch mal, was wir hier bei den ursprünglichen Dingen so nehmen können. Große Händler werden 25% schneller verdient. Zufriedenheit durch jedes Luxusgut. Okay, das brauchen wir erstmal nicht. Entweder gehen wir jetzt hier lang. Plus ein Gold von Wissenschaftsgebäuden. Das ist ganz interessant. Oder wir gehen diesen Weg hier. Ich glaube, ich nehme den linken. Und versuche dann, Forschungsabkommen hinzukriegen. Ich hoffe, mir gelingt das. Wo ist denn die Artillerie mit? Der will ich jetzt eigentlich mal anfangen. Ne, nicht heilen. Schießen sollst du. Schießen sollst du. Genau. Jetzt du. Schießt auch da drauf. So, kannst du jetzt die Stadt einnehmen? Sieht fast so aus, ja. So, was machen wir jetzt? Stadt befreien. Diese Stadt gehörte früher Kuala Lumpur. Genau. Ihr haltet einen Extrembefreiungsbonus. Ihr vorherige Kriegstreiber Malusse entfernt, wenn ihr dieses Stück befreit. Ja, das machen wir. So, und dann sind wir verbündet mit denen. Was geben die uns denn? Pferde, Kohle, Salz und Pelze. Mich nicht alles täuscht, ist Salz sogar verboten. Okay, das heißt jetzt nur noch diese eine Stadt. Nur noch diese eine Stadt. Das schaffen wir doch. Das schaffen wir doch irgendwie, oder? Ja. Ah, der ist zu weit weg. Das ist ein Stück zu weit weg. Wo sind unsere Artillerien? Das geht hier kann da mal in die Stadt. Die Stadt könnten wir... Ah, wir haben noch zu wenig Zufriedenheit. Das lassen wir mal noch. Beziehungsweise wir könnten auch ein Gerichtsgebäude dann gleich kaufen. Also machen wir das mal Stadt annektieren. Und dann kaufen wir da das Gerichtsgebäude. So. Dann gehört die Stadt auch zu uns. Und dann wird dort... Was bauen wir hier? Wir fangen mit dem Monument an. Option wählen. Börse. Alles dauert noch zu lange. Erstmal die Leuchtturm. Keine Aufgabe ist wirklich schwierig. Ich glaube, wir hatten versucht, den zu bauen. Und wir haben, glaube ich, unser Schiff hier verloren. Na gut. Nun gut, nun gut. Nee, 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 nicht da rein. Müsst mal zurück und euch da heilen. Das war nämlich die Einheit, die angegriffen hatte. Moment, du gehst jetzt mal nach da. Und dann kommt meine Artillerie. Hier geht einen nach vorne. Du sollst nach da eigentlich. Aber da steht natürlich noch hier was im Wege. So, das Musketier macht nichts. Die Artillerie ist wieder vollgeheilt. Geht also auch nach vorne. Das hier, das sind die Irokesen. Okay. Kavallerie heilen. Produktion wählen. Was machen wir hier? Fabrik ist immer gut. Produktion. Allerdings haben wir hier auch eine relativ gute Produktion. Brauchen wir keine Fabrik. Wassermühle. Bisschen Kultur vielleicht. Plus ein Kultur. Ja, ich glaube, ich mache hier das mit der Kultur. Pass dort. Genau, der ist böse, weil wir gute Verhältnisse mit Kuala Lumpur haben. Die haben wir allerdings auch befreit. So. Kannst da drauf gehen. Reicht das von da? Kann ich von da aus die Stadt angreifen? Tatsache. Das ist doch praktisch. Gehst da jetzt mal auf Breitschaft. Du wartest. Da haben wir die nächste Artillerie. Aufbauen. Ne, du gehst da drauf. So, Produktion wählen. Okay, jetzt können wir hier uns dann auch aufbauen. Was fangen wir da mit dem Markt an? Markt und Wissenschaft. Börse dauert noch einen Ticken zu lang. Also fangen wir da mit dem Markt an. Abgeordnete einsetzen. Okay, Gastgeber wählen. Babylon. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Der hat schon relativ viele Stimmen. Wo ist der Napoleon? Napoleon hat fünf. Wir haben vier. Wir müssen da schauen, dass wir uns vielleicht den einen oder anderen Stadtstaat irgendwie noch organisieren. Nicht, dass der hier noch den Diplomatie-Sieg nachher gewinnt. Oder beziehungsweise Diplomatie-Sieg. Na halt, diesen Weltherrscher. Wo man sich zum Weltherrscher wählen lässt. Aber das kann uns noch passieren, dass er da quasi die Nase vorn hat. So, nächste Runde. Verteidigungsbündnis. Was braucht man denn fürs Forschungsabkommen? Weiterspiele fehlen die finanziellen Mittel. Ne, ne. Ich will hier kein Verteidigungsbündnis. Das Stadt ist konvertiert. Wie tust du es zu einer anderen Religion? Was war das gerade? Ach, jetzt rennt er hier wieder umher mit seinen Propheten und holt sich alle unsere Städte. Ja, aber haben wir mit dem offene Grenzen? Diplomatie-Übersicht. Handelsverlauf. Erfüllte Vereinbarung. Beendet in 38 Runden. Wirtschaft. Ein bisschen unübersichtlich. Nicht, vielleicht nicht auch bloß zu blöd, um es zu finden. Ich weiß es gerade nicht, ob wir offene Grenzen mit dem haben oder ob der Prophet auch so bei uns durch die Gegend latschen darf. Das kann natürlich sein. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier unten mal weiter. Oh, ist ein Schiff weg? Wie es aussieht, ist ein Schiff wohl weg. Dann greifen wir seine Stadt mal weiter an. Wir brauchen jetzt natürlich auch gleich irgendwo eine Einheit, die die Stadt dann einnehmen kann. Hätten wir dann da... Willst du da hinkommen? Ein Zug? Ja, das ist gut. So, ist noch zu weit weg. Da kriegen wir auch gerade nicht dichter ran. Dann dauert es halt einen Ticken länger. Hm, hier oben. Hier oben bauen wir Glauben, Karawanenhof, Windmühle, Werkstatt. Alles nicht so berauschend. Wie Theater. Dauert vier Runden. Hier oben noch was. Ein Frachter. Frachter können wir gebrauchen. Hier oben auch nochmal ein Frachter. Ah, unsere Zufriedenheit sinkt. Hier kommt Sichtweite. Einheit befördern. Du machst nichts. Du machst nichts. Kavallerie. Du machst auch nichts. So, dich würde ich ganz gerne weiter nach vorne kriegen, aber hier ist alles vollgestellt. Eventuell könnt ihr da mal weggehen. Hm, ja genau. Geht immer nach vorne. Und du. Hm, kommst da auch nicht so schnell hin. Drei Runden brauchst du bis dahin. Na gut, dann brauchst du halt drei Runden. Ketling Gun. Du kannst auf nichts schießen. Also weiter. Weiter. Hier oben haben wir einen Forscher. Du gehst mal nach da. Okay, dann sind wir in der nächsten Runde. Und ich würde sagen, sie geht dann in der nächsten Folge weiter. Ja, wenn wir dann hoffentlich die letzten, die letzte verbleibende Stadt von Genghis Khan einnehmen können. Ja. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.